Ein herzliches Willkommen zurück zu Creedfall. So, Konstantin scheint da vorne zu sein. Das wird jetzt garantiert zum Kampf kommen. Das sehen wir gleich. Wer findet man dann auch raus, warum Winbar das gemacht hat? Das ist schon was Vogelartiges. Hä? So tust du das? So, the wound. From top of the volcano, he warned me of the danger. Fed by bitterness, driven by desire. Taking without giving, he will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it. You are too blind. Too renaic, set to understand. Leave him! Oh. Okay, los geht's. Naja, also, der ist ja nicht stark. Er ist nicht stark, was habe ich gesagt? Wollte damit sagen, er verwandelt sich sicher gleich. Weil das ist noch nicht das Ende. Oh, shit. Ja, sag ich doch. Oh, damn it. Schießt doch. Oh, ups. So, wie gesagt, im Nahkampf, ist es eine Wurst, naja, weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Oh Gott, ich mach dir gar keinen Schaden, warte mal, verkifft man. Warte mal, verkifft man. Ah, ich hüpfe halt voll rein. Wir müssen gehen auf Nummer sicher. Aber Schaden macht er ordentlich an meinen Gefährten, das muss ich sagen. Warte mal, ich weiß, es muss schnell geschehen, aber ich hab hier, glaub ich, irgendwas cooles gefunden. Dachte ich, zu mir bist. Also, Mensch, du machst immer so Zeug, echt. Konstantin, wake up, please, I beg you. Hang on, we are bringing you home, to get you healed. Wie gesund, wie denn? Ja, alles bescheiden, muss ich sagen. Was machen wir mit Konstantin? Der gute, coole Heiler ist weg. Gut, vielleicht, ne, Maeve kann uns auch nicht helfen. Die hat gesagt, sie kennt diese Krankheit nicht. Beziehungsweise, ich kann's mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Okay, Spannung steigt. Oh, er hat was auf dem Kopf. Oh, er hat was auf dem Kopf. Okay, live... Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear. I assure you. He just escaped to deathly sleep and here he is ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No, no, I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Thank you, fair cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the fourth time? If we start counting the time you stop me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to five times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I would not go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. Yeah, bittet. Bitte erzählen. We've been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it. And in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site. A place full of magic. I followed his instructions. And all of a sudden... What an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate. Cries came to our ears. And beasts jumped all over us. We fled for a while. As other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site I followed your tracks and deduced what had happened. Do you have any idea why he didn't kill you? Like the others? No. No, not really. It seemed like he was trying to tell me something though. He spoke about isolating me from the world that I couldn't return to the earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly. Of course. I just want to understand. I think he's a bit awkward or something. After the movements of the world 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 of the world. I think he was very weak and most of the time he whispered in his own language. It seemed like he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. Okay. And now to the ritual. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practiced to bind themselves to the island. Donegada? Oh, what a go to. Oh, what a go to. What a go to. I had to cut my hand in front of an enormous stone. And there, a gigantic beast came and started circling around me. It was incredible. I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I'm on all Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was a non-meal Frictoman? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh, no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary, according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Okay. Hey. Er sieht übel aus. Also, gesund ist das nicht. Und ich finde ihn komisch. Er ist nicht wirklich... Ja. Er selbst, glaube ich. So. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem... unserer Botschaft. Ne, in dem Fall ist es unser Wohnhaus. Dann... Gucken wir mal, ob der neue Hochkönig wird. So. Bitte Glendan um Hilfe. Glendan war der... Eine coole Dude. So. Ach, halt. Warte mal. Gucken wir mal... Kurt, wie sieht's denn damit aus? Nicht kompatibel. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Ach, war auch nicht. Er könnte das nehmen. Ja, aber... Oh. Ja, aber es sind Zweihänder und Zweihänder möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Okay, gut, dann... Dann wird der Quatsch verkauft. Ähm... Vielleicht nicht. Gut. Aber... Geht ja was. Weiter. Ja, spannende Sch... 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 Oh, der findet's nicht witzig, okay. Sch... 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 Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Oh nee, noch mal Rufe verloren. We will celebrate his memory, as well as those of all the members of our council that have fallen. Bladnit, Katasach, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Teofradi cannot remain without a guide, all the more so in these troubled times. I will notify the male of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Duncas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Duncas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. You must leave. Goodbye. How well I'm sick. Now I will check my name. How is my name? How is my name? Brückenallianz, verdächtig? Not so bad, but I am not even though. But I am still happy. I am still happy. Now, good. Then we will come. It is normal. Überzeugen is not a problem. It is a problem. It is a problem. It is a problem. It is a problem. We will come again with the Ulan, or? I will come again with the Ulan. I am curious about the Ulan. Über die Wahl des Wuppen jetzt spricht. Es ist wahr, und ich werde vielleicht auch beobachten. Ich verstehe, dass Sie vielleicht Angst haben, um meine Intentionen zu tun. Aber rest assured, ich will nur um Frieden in unsere Landen. Frieden bringt Leben und Prospettung. Ich möchte, dass Sie eine Zusammenarbeit mit den Menschen des Kontinenten werden. Die Leben unserer Menschen werden verbessert und glücklich. Es ist etwas, was ich möchte fragen. Wenn Sie ein High King sein werden, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mich zu treffen, Enon Miel Frigdemann. Natürlich. Wenn ich ein High King sein werde, wäre ich glücklich zu helfen. Sie sind Karantz Vignamri, nachher alles. Oh, da muss ich entscheiden, wer das werden soll. Das fehlt mir nicht. Ein Guardian würde ihn in die Grave nehmen. Wenn jemanden zu tragen, wäre es heute, würde sie sicherlich entschieden werden. Und wo ist der erste Guardian's Tomb located? Somewhere nicht weit weg von hier, seitdem er seine letzte Begräufe nahe. Die Entrance zu seinem Buryal Mound ist zu sagen, dass es ein Nardyg-Margarmon ist. Die Part, das führt zu ihm, ist mit seinen Speeren. Und die Entrance, bei einem großen, deaden Baum. Aber beware! Die Nardyg-Margarmon wird nicht mit dir, ohne ein Voigt zu sein. Oder nichts anderes. Nichts. Ich muss gehen. Jetzt haben wir die Vertrauen von einem der Prätener. Wir müssen nur diesen Krähen finden. Ich bin sicher, dass du die Geschichte aller meinen Menschen wirst, um ihn zu treffen, um ihn zu treffen. Ich verstehe, dass du diese Idee unbeleicht. Aber die Überlebnis des gesamten Kontinenten beträgt auf diesen Begegnungen. Es ist mein Gefühl, dass du die Konsequenzen dieser Entscheidung nicht verstehst. Jeder auf der Isle wird die Worte von einem hohen König. Es ist möglich, dass deiner Prätener-Intentenien mit dir kompatibel sind. Und wenn es nicht so ist, einen anderen finden. Wir wollen nicht die Architektur sein, die wir nicht lieben, würden wir? Du bist richtig. Es ist eine Entscheidung, die mehr wichtig ist, als unsere Rechte für eine Antidote. Ich muss darüber sprechen. Warte mal. Also, was wir auf jeden Fall schon wissen, warte mal, ist, dass Ulan eigentlich Frieden mit den anderen Völkern will. der ist ein sehr schlauer Fuchs. Aber sehr durchtrieben ist. Ein sehr schlauer Fuchs. Das wissen wir. Vielleicht die Krone jetzt schon suche? Nee, ich hole nicht. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das geht nicht. Okay. So wird mir das nicht angezeigt, wohin ich reisen soll. Also, ich mag Ulan eigentlich nicht so. Aber jetzt, was er gesagt hat, Frieden, Wohlstand, bla bla bla. Ja, aber vielleicht meint er auch nur Wohlstand für sich, ne? Oh, ich bin direkt richtig. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Er war eigentlich der Krummste. Was ist das? Ah, Honol Manawi. Ich habe gehört, dass du Wad und ein paar andere Mitglieder meiner Klan in der Umgebung unter der Daghel-Kredau macht. Wer die Schlauern schlägt, die Schlauern schlägt, der sich in den Schlauern schlägt, der An-Mil-Frichtemann der Wohlstand. Du besser stehe sicher auf die Abente. Ja. Ihr Donegarder warned uns. Wenn du ihn sehen, Wad, gebt ihn meine Dank. Wenn es nicht für ihn, ein meiner Freunde würde wahrscheinlich sein. Poisoner. Das ist die Aufgabe der Donegade. Hilfen die anderen, wenn sie in Need sind. Ich bin froh, dass er sich helfen konnte. Ich bin der Bewerber von schlechten Nachrichten. Vinbar, dein High King, ist tot. Andevo Stireh. Er war ein großer King. Und ein sehr wunderschön Donegade. Wir haben ihn nicht in lange Zeit gesehen. Das gefällt mir, Frieden und Gleichgewicht. Ja, er geizt. Ja, das ist meine Wahl. Und mein Klan weiß, wie zu tun. Also, wenn du mir über meine Intentions bist, wenn ich um Hoi-Kin zu sein, ich werde sie für dich. Wir müssen eine Balance finden, mit denen aus der Öl-Land von der Öl-Land. Und leben zusammen in Harmonie. Aber für das, wir müssen die Reneikseh-Humilie und Respekt die Erde. Ich würde gerne treffen, Enon Müll-Frichtemann, in order to find an Antidote für die Desease, das ist destroying meine Leute. Wenn du wählst, würde ich in diesem Endeavor helfen? Ihr Klan hat mir nicht viele Reasons zu vertrauen. Aber wenn du meine Bewerber verletzt hast, ich werde dir helfen. Die Lugair-Blau fooled uns in der Vergangenheit. Es ist ihre Turn, um ihre gute Faith zu zeigen. Was willst du von uns? Ich glaube, Sie wissen Sie über die Konflikt zwischen meinen Leuten und Ihren über die Bewerber? Ja. Ein von Ihren Bewerber hat mich gefragt, dass ich es wieder zu können. Alas, ich konnte nicht so sein, ich war mit anderen Problemen. Lady Morange war sehr nett, zu sprechen mit uns, um eine Lösung zu finden. Und Dinge sind weitergegangen. Dann ein Bewerber von meiner Familie zogen drei Woodcutters. Das war die Diskussion. Die altäne Menschen, die die Bewerber verletzt werden, muss man verletzt, ich bin. Aber nicht von Ihren Menschen. Nicht bis wir sicher sind, dass wir Sie glauben können. Es gibt eine Möhnung in der Nähe, die die Konflikt hat für meine Bewerber verletzt, lange hat mit Hilfe von meinen Leuten geholfen. Aber die Dachse in der Munkte hat es schiefst, dass es zogen. Wir haben die Erde mit dem Holz verabschiedet. Wir haben mit der Luged Blau gearbeitet, um die Mauten und die Männer zu retten. Wir haben versucht, zu verabschieden, und die Entrennung mit dem Bouldern zu verabschieden. Aber einige Renigse kamen zurück. Und ich denke, dass sie wieder zu verabschieden haben. Und einige meiner Leute zu verabschieden, vielleicht weil sie sie verabschieden. Wenn die Mauten verabschieden, und es ist deine Klan's fault, Tausend von Loivs werden sich verabschieden. Und du willst mich zu intervenieren? Du musst sie aufhören. Remind sie ihnen von ihrem Verabschieden. Das ist der Preis für meine Verabschiede. Wenn du, wir verabschieden, wir verabschieden, die Menschen für die Wälderinnen zu verabschieden, und alle unsere Quarrens werden verabschieden. Ich gehe zu dieser Miene und sehe, was passiert. Ist noch etwas anderes? Ich muss gehen. Goodbye, Duncas. Qua awolum seg. Ich will ihn eigentlich als Hochkönig haben. Das heißt, wir gehen mal zur Miene. Holen das Zeug, weil ich nicht weiß. Wird auch die Krone holen. Aber ich muss erst sicher gehen, dass das dann nicht einfach beendet ist. Also sprich, ich hol's. Und dann ist es weg. Das wäre nämlich sehr peinlich. Hä? Warte mal. Warte mal. Na gut, dann lauf mal halt dahin. Komm ich dahin? Wie lang? Okay. Ja, weil das finde ich eigentlich eine gute Sache. Der ist weise. Der ist jetzt nicht zu kriegerisch. Ich verstehe, dass einige Krieg führen wollen. Allein schon wegen diesen blöden Hikmet-Leuten oder so. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Was macht ihr hier? Okay. Alter. Nee, ich soll... Ich will dich jetzt nicht überzeugen. Oder will ich dich kurz überzeugen? Komm. Ich will nur ein bisschen mal kurz anhören. Dann haben wir das nämlich auch alles hinter uns. Und dann wissen wir da auch Bescheid. Hier top die schwarzen Lande. So, rein hier. Servus. Ich will die Wahl des Hochkönigs sprechen. Ich bin ein Bewerer of bad news. Your High King, Vinbar, is dead. Dead? Und vorst, Tirei. Ich bin ein guter King. In Zeiten der Kriege. Aber er wurde in die Gefahr durchgeführt. Aber er wurde in die Gefahr durchgeführt. Er war nicht mehr auf der anderen Seite. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. Das stimmt. Wenn Bladnid was still hier, I would have given her my votes and followed her into battle. Aber since she's no longer with us... ...I must obtain the title, and do what should have been done a long time ago. Drive away the Ranaikse. And take back our island they want to enslave. Will you drive us away, too? We will drive away the Ranaikse. You are Onolmenawi. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help. To allow me to meet Enon Mil Frigdemann. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with the disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Ranaikse to leave the island of their own accord. If you were to prove your loyalty, then it's possible in exchange I would help you. What do you want from me? For you to help us in our assault against the secret camp of the Soul Lasser. The one in which they are torturing my people. What do you intend to do, exactly? Attack and destroy this camp, and those who live in it, to set my people free. And how am I supposed to help you? My clan is powerful. But so are these Soul Lasser. I need more warriors. A cell of the Gaius Rad is in my debt. But I'm afraid she might refuse to honor it after her clan was defeated. You know how to talk to people. And you are friends with her twin sister. I would like you to go and convince her to help me. I suppose I could try, at least. That would be good. It would also be good if you could fight alongside us to set these prisoners free. Meet us near the camp with the forces you managed to assemble. Anything more? No. I need to be going. Well, I will be sick. So. Then, so wie geplant. I do not want to interrupt. But I think our priority should be to find Cornelia. I doubt our mother Cardinal is aware of the Inquisition's actions. She will certainly want to put an end to it all to appease the natives. Whereas, a frontal assault led by Deirdre and her men would only rekindle the conflict. And Cornelia would certainly take Umbridge at an intervention of the congregation without even informing her of the situation. He has a right. He has a right. He has a right. But we have something else to do, my friend. Nämlich... ... 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 aufnehmen wo müssen wir hin ach gott die waren die ja noch nie ja wunderbar würde ich sagen sind wir hier auch am ende dieser folge angelangt ich sage ein herzliches dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis dann hey tschüss